Dokumentarische Anmerkungen über die Vorlieben des Björn B. alias Ignaz. Vorhin saß ich dann noch optimistisch, jetzt liege ich hier schon so einen halben Meter tiefer, wenn du irgendwann noch ein Bild machst, dann kriege ich dann immer so ein Lied. Das Ende vom Lied ist dann, wenn ich aufgehört habe zu zucken, fährst du einfach rückwärts raus mit dem Auto. Aber ich kann besser hingucken. Schmerzhaft, ne? Ich erhöhe auf doppelte Mehrwertsteuer. Das ist die neue Stoßstange mit dem neuen Scheinwerfer da. Das ist es. Die Knochen trocknen, Felder, wochenlang nicht geregnet. Und der macht wieder das Feuer an. Björn B. erzieht noch mal davon. Mit einer feuerroten Kappe. Sag's ruhig wie es ist. Feuerwerker. Ich mag's. Ich mag's. Ich mag's. Das ist ein bisschen ein Schrei hier. Ich mag's. Gebeut. Nein, umsonst einmal den Feuerwerk. Ich will das nicht auf YouTube sehen. Und hier ist einmal der... Da kann der Müll... Ich habe mir vorhin noch ein Video angeguckt, ein Frühstück auf YouTube, von zwei Typen, so Polsky, ne? Polsky. Mit dem Handy aufgenommen im Dunkeln, die innerhalb von elf Minuten beim Fiat Ducato das Radlager wechseln. Wie Faust auf Orgel. Was ist das jetzt? Ach, das ist der alte Ring, ne? Ja. Geht. Alter, ist das geil. Das ist aber echt ein Glück, das kann ich dir sagen. Gleiche Aufgabe. Passt das? Ja. Weißt du was, du bist ein, du bist wirklich ein Schatz. Mach's da, wir für andere arbeiten, entschuldige das Wort andere. Ist schon okay. Ja, dann auch für solche hier. Ja. Ich habe die Innenlagerschrallen quasi drauf gleiten müssen. Siehst du, Björn, du brauchst alte Handtücher, die stell dich fest, da kannst du... Ja, ja, ich habe aber, ich habe jetzt so viel. Hast du so viel, okay. Doch dieses Feuer, das auch in Björn brennt, zeigt er in seinen musikalischen Aktivitäten, bei denen er durch seine Spielfreude und sein Engagement überzeugt. Das ist ein, du bist ein Schatz. Das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz. Du bist ein Schatz. Nein, du bist. Das ist ein YoutDobas. Das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz. Doch neben der Musik liebt Skipper Björn das Segeln. Nur er, die Natur mit dem Wind und dem Meer und sein Saxophon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist so etwas unkommunikativ. Weißt du, was ich lustig fand? Na? Du hast beim letzten Video deine Moderation angeschlossen mit, ich freue mich schon auf die Rückfahrt. Ja. So ist es. Ich finde das sieht total schön aus von hier. Ja. Aber es waren zwei Eichen. Ja. Ja. Ja lustig. Horns. Ach das hier ja. Das ist Müll. Ja. 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 Ja mal eins. Den nehme ich noch. Ja. Alter hier ist echt viel du. Ja. 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 Musik 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 Musik